Sie haben eine neue Nachricht. Hey, ich habe gedacht, ich lüge mal an. Du bist wahrscheinlich gerade mega beschäftigt, dass du abnimmst. Ich habe mich nicht gesehen, ich verstehe es nicht, wie dir alles andere immer wichtiger ist. Das Einzige, was ich will, ist ein bisschen Zeit. Du bist so fixiert auf Erfolg und Instanz. Vergiss nicht, es ist nicht immer alles, was glätzt. Tschüss, Lopper. Irgendwann gehen wir weg von da, dann gehen wir richtig morgen, gehen wir richtig morgen. Und wenn alles da verschwindet, dann auch sicher unsere Sorgen, sicher unsere Sorgen. Aber alles Schöne, was wir erlebt haben, wir können nichts von dem verlieren. Und erst in dem letzten Augenblick sehe ich, was alles vor ist. Und in dem letzten Untergang sehe ich, was wirklich das Gold ist. Und wenn alles geht, nur ein Staub und ein Dreck in der Luft, 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 Luft. Wenn aus allem, wo wir uns erbaut haben, Luft, 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 Luft. Dann haben wir es verstanden, doch der Weg ist lang am Horizont. Kein Send in sich. Dann haben wir es gefunden, erst wenn aus den letzten Tränen ein Aschen wird. Und sie wird so gut, sie wird so gut, sie wird so gut.